Herzlich willkommen bei der ersten Video-Challenge. Und ich habe mir überlegt, ich mache als erstes zum Start dieser Challenge-Videos ein Tutorial. Und zwar ein Krawatten-Tutorial. Weil ich dachte mir, viele junge Männer müssen niemals eine Krawatte binden. Und deshalb dachte ich, zeige ich einfach mal, wie ich das am einfachsten mache. Und man krempelt hier erstmal den Kragen hoch, damit man schön viel Platz hat. Und dann nimmt man die Krawatte, hier handelsübliche Krawatte. Und wirft sich die quasi erstmal, ich gehe mal ein bisschen hoch, wirft man sich die hier so rum. Schaut. Und viele machen das ja anders, machen ja hier den hier oder den hier. Ich, ich mache die immer so, dass die möglichst gleich lang sind. Ich zeige das mal hier, möglichst gleich lang. Dann lege ich die ganz vorsichtig übereinander, so dass die ungefähr die gleiche Größe haben. Und jetzt, jetzt kommt der Trick. Moment, so. Gleichmäßig, dann nimmt man sich hier einfach dieses Teil, das stülpt man hier so drüber. Und da kommt der schwierige Teil, da muss man quasi, man muss auf der anderen Seite, beide müssen wieder ankommen. Beide müssen wieder ankommen. Und dann zieht man das hier so hoch, ich zeige es nochmal, so, zack, oben fertig. Dann klappt man hier oben runter und schon hat man eine Krawatte gebunden. Sieht doch super aus, oder? Was sagt ihr? Also, das war mein Tutorial. Und jetzt noch mit gebundener Krawatte fordere ich doch gleich mal die Simi hier raus. Auch ein Teil unserer Android-User. Und sie soll für mich bitte als Video-Challenge ein Reaction-Video machen. Video auf irgendwas reagierst, mir vollkommen egal. Lass deinen kreativ freien Lauf. Es kann auch sein, dass deine Haut auf Brennnesseln reagiert. Oder dein Freund darauf reagiert, dass du ihm sagst, dass du schwanger bist. Keine Ahnung. Oder du reagierst darauf, wie du dieses dämliche Video hier guckst. Keine Ahnung. Viel Spaß damit. Wir sehen uns morgen hoffentlich. Bis zum nächsten Mal.